Was. Zum. Henker nochmal. Hallo? Wer. Bist. Du? Bist du der Game Master? Ähm, da kommt ein Buch geflogen. Ja, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mystery. Und was zum Teufel war das denn? Wir müssen erstmal das Buch lesen. Das verzweifelte Dorf. Ein Dorf benötigt eine Hilfe. Ein uraltes Monster gespalten in drei ist wieder auferstanden. Der Squizzer? Und seine Schergen haben einst die Welt in Angst und Schrecken versetzt. Teobrine, der Retter der alten Welt, gelang es den Squizzer zu verbannen und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Es sind jedoch Kräfte am Werk, die versuchen die neue Welt in altes Chaos zu stürzen. Und du musst diese Welt retten. Finde Verbündete und mache Unbekannte zu Freunde. Du hast einen Tag Zeit, dann werde ich dir das Dorf der Verzweifelten offenbaren. Das kann nur der Game Master gewesen sein. Aber, ähm, äh, äh, ja, äh, äh, eigentlich wollte ich ja heute das Gesicht mal wieder fertig machen und ein bisschen weitermachen, okay. Ja, da müssen wir, warte, warte, oh cool, eine Karte. Mit Lars drauf, ach wie cool. Hallo, ich bin hier gerade beschäftigt. Ja, mein Freund, ist jetzt mal gut. Danke. Ah, wie cool, eine Karte, die kann ja nur von Kroko sein. Und hier, Job done, Auftrag erledigt. Ah, cool. Noch ein Buch. Was ist denn heute los? Hallöchen, Kroko. Ich hoffe, dein... Ah, okay. Gerne nehme ich dir die Aufgabe an. Äh, wer da Herr Lars, der Magiatom ist nun vervollständigt. Ich bitte um Bezahlung im nächsten Livestream. Freundlichst, Kroko. Okay, das heißt, im nächsten Livestream müssen wir bezahlen. Aber, jetzt brauche ich erstmal was zu futtern. Und dann müssen wir, glaube ich, dem, äh, Kroko noch Bescheid sagen, ne? Was das hier mit dem Buch auf sich hat und dass wir los müssen, ein Dorf retten und so. Äh, was machst du denn da oben? Okay, ich glaube, wir müssen die ganzen Etagen mit Falltüren abdecken, damit da nicht Monster draufspawn. So, Knochenmehl, Knochenmehl. Dann können wir nämlich hier erstmal alles abhacken. Und dann können wir unten bei den, bei unserem Hauptgebäude oder bei unserer Base, können wir dann mal anfangen, riesen Felder anzulegen, weil die Elfen, äh, ich glaube, die haben da schon riesige Felder irgendwo. Aber, jetzt können wir hier erstmal mit Knochenmehl was sammeln. So, zurück mit einem Haufen Essen, einen Haufen Körner und so weiter und, und Sätzliche, damit wir hier mal anfangen können zu bauen. Aber, äh, wir müssen erstmal abstecken, wie soll unser Elfendorf eigentlich aussehen. Und dafür gehen wir mal hoch. Also, was ich mir vorstelle, ist, dass hier eine Brücke drüber geht, hier rüber. Und dann wird hier eine Art Marktplatz, Hafenviertel draußen. Also, da sollen hier so Häuser drumherum und hier sollen noch so ein paar Häuser hin, die den Weg entlang gehen. Und dann kommt dahinter natürlich bis hierhin so alles Wald, müssen wir alles bewalten. Und dann könnten wir das da eigentlich richtig schön groß voll Felder machen, wo man so durchlaufen kann. Also, viele kleine Felder, ne, die ganz schick aussehen, nicht so ein Riesenfeld. und hier hinten muss natürlich alles auch noch Wald werden, ne. So, dass man wirklich erst durch Felder kommt, dann durch Wald, dann Häuser, die in dem Wald verbaut sind und hier geht's dann zu unserem Hauptgebäude. Und ich denke, dann können wir anfangen, da hinten schön Felder zu machen. Vorher aber sollten wir Kroko Bescheid geben. Kroko! Dann einfach mal. Kroko, bist du da? Kroko? Sönt ihr das? Lars? Ja, Kroko, bist du da? Bist du zu Hause? Ja. Was machst du? Wo bist du da? Ich seh den Lars. Ja, ich hab ne mega Aufgabe für uns. Was gibt's denn? Es ist echt wichtig, du musst dir das angucken. Ja, 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 komm, ich bin schon gestohnt. Also du musst schon das auflaufen. Ich beeile mich extra, weil es ist wirklich wichtig. Ich geh ganz drauf. Hier, ich geh schon hier. Hier, lese das. Du musst das lesen. Das verzweifelt, Lars. Lars, bist du unter die Schriftsteller gegangen? Nein, jetzt lese. Ja, hast du ganz nett geschrieben, Larsi. Nein, ich hab das nicht geschrieben. Ich bin heute Morgen aus meinem Haus raus und da war der Game Master am Himmel und hat mir dieses Buch zugesteckt. Das ist wirklich ernst. Lars. Koko. Kann man Minecraft-Gras mittlerweile rauchen? Das sagt der mit den grünen Augen. Nee. Das ist wirklich ernst. Äh, okay. Und was willst du jetzt machen damit? Ja, wir müssen... Ich hab unten noch ne Lavaquelle im Zweifel. Ja, ja, okay. Aber wir müssen unseren Kram zusammenpacken und müssen dieses Dorf retten. Hallo? Lars, ich hab gerade meine Diamantrüstung frisch verzaubert. Ich werd jetzt nicht losziehen und meine Rüstung opfern, um ihr Rieden ein Dorf zu retten. Aber stell dir mal vor, wir wären das Dorf. Dann würdest du auch wollen, dass man uns rettet. Nö. Koko. Das ist mir ernst. Na gut, okay. Ernste Gespräche, ernste Maßnahmen. Wir brauchen einen entsprechenden Besprechungsraum. Folge mir. Da kann man die Schwerter in die Mitte legen. Okay. So wie bei einer Tafelrunde, ne? Ja, genau. Dann wird der Name auch schlussfühlen angezeigt von dem Schwert. Okay, ich hab keinen Namen beim Schwert. Mach ich noch. Aber, Koko. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Und dann war am Himmel ein Gesicht. So richtig verwabert und so. Und der Game Master war das. Und der hat mir dieses Buch zugesteckt. Und ich glaube wirklich, dass das ernst ist mit dem Dorf. Okay, okay. Und warum sollten wir das machen? Ich meine, so einen großen Vorteil hab ich jetzt irgendwie noch nicht gesehen. Also, dass wir vielleicht die Dorfbewohner zu unseren Gunsten entscheiden. Gut, wir könnten natürlich dann vielleicht mal Dorfbewohner für uns gewinnen. Das wäre vielleicht schon auch ein kleiner Vorteil. Ja, nicht nur Dorfbewohner für uns gewinnen, sondern wir wären die Helden der Geschichte. Und wenn wir in Gefahr wären, würden wir uns auch wünschen, jemand käme uns retten, oder? Na gut, okay. Also, du hast jetzt nicht die besten Argumente vorgetragen, aber du hast mich überzeugt. Ich bin ja da auch immer offen für Quatsch. Deswegen würde ich sagen, rüsten wir uns aus, oder? Was? 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 Ich bin zu dick, ich pass nicht rein. Schau mal, was ich hier noch habe. So, dann rüste ich mich mal entsprechend aus. Halt, ich würde gerne meine Aussrüstung anziehen. Das ist so mega cool gemacht. Ich nehme hier noch so ein bisschen Aussrüstung gegen schnell mit. In meinen goldenen Äpfel nehme ich mir zwei mit. Mehr habe ich leider noch nicht. Pfeile habe ich jetzt auch noch nicht viel. Bogen ist hier. Die sind nur Deko hier. Das, was hier an den Wänden hängt, das ist nur Deko. Da fehlt auch noch viel. Das ist gerade erst im Werden. Aber ich habe unten noch einen Bogen, den wollte ich jetzt gerade verzaubern, als du gekommen bist. Der hat schon ein bisschen was, der kann schon ein bisschen was. Ich hätte übrigens noch einen im Angebot mit Unbreaking 3, wenn du das zufällig brauchst. Ich habe jetzt keinen Bogen, wäre ganz gut, aber ich kann Pfeile besorgen. Das ist cool. Gehen wir mal nochmal raus. Können wir uns mal auf die Karte nochmal anschauen. Ja, ich weiß. Erst mal frische Rüstung anziehen und dann durch den Dreck ziehen. Schon klar. Ja, aber du brauchst doch Kriegsbemalung. Du musst doch erfahren aussehen. Genau, hier, schau, 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 hier, da, da ist übrigens diese Lampe. Ah, okay, cool. Ja, cool. Das passt aber irgendwie nicht hier rein, ne? Ich bin ja noch, ich war jetzt nicht ganz vorbereitet auf deinen Besuch, ne? Also, dann hätte ich das ja alles nochmal geputzt und so, aber... Ah, okay, okay, okay. Okay, also, das heißt, wir brauchen jetzt einen Schlachtplan. Ich würde sagen, wir werden, weil wir können ja nicht einfach irgendwo hinspazieren und darauf loshauen. Wir wissen ja gar nicht, wie die Umgebung ist. Wir müssen auf alle Fälle irgendwo ein Lager aufschlagen. Vor allem habe ich keine Ahnung, was ein Squizzer so kann. Deswegen müssen wir den vielleicht ein bisschen beobachten und dann schauen, was wir machen von so einem kleinen Lager. Okay, okay, also, mein Plan. Schritt Nummer eins, Ausrüstung sammeln, Verpflegung sammeln, Pfeile sammeln, Sachen noch verzaubern, wenn es notwendig wäre, dass wir einen gescheiten Bogen haben. Dann, Nummer zwei, aufbrechen, Lager bauen, scouten. Genau. Nummer drei, was auch immer in die Pfanne hauen. Genau. Boah, wie sind taktisch, so begabt, Lars. Ja, aber guck mal, vielleicht, wir sollen ja auch Unbekannte zu Freunde machen, ne? Vielleicht finden wir beim Scouten noch irgendjemanden, der uns hilft. Jo, Jo, das hört sich irgendwie vernünftig an, könnte sein. Du holst mich wieder ab, wenn es neue Informationen gibt, gell? Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich weiß, wo das Dorf ist. Alles klar, dann, bis dann. Fitti. Okay, der Kroko weiß Bescheid und wir müssen jetzt erstmal Pfeile sammeln. In, äh, hä? Das hat der Kroko ja alles abgebaut. Okay. Naja, gut, sind hier eigentlich noch Pfeile drin? Ja, die sind auf jeden Fall noch, die Pfeile reichen doch eigentlich schon, da brauchen wir gar nicht mehr so viele. Und hier haben wir schon verzauberte Bögen, die können wir aber leider nicht miteinander kombinieren. Ist aber nicht so schlimm. Wir schauen mal, ob wir vielleicht noch einen besseren bekommen. Okay, ich hab's mir anders überlegt, wir müssen den Bogen verzaubern. Also, es bringt nix da, irgendwie total kaputte Bögen zu sammeln. Pfeile haben wir genug, dann müssen wir den Bogen verzaubern, wir sind auf Level 38, sollte eigentlich gar kein Problem darstellen. Nur, müssen wir erstmal gucken, was auf dem Bogen rauskommt. Nicht, dass wir nachher noch ein paar mehr Level brauchen. Also, wir müssen ja eh hier hoch, ne? Bei unserem neuen Haus haben wir das ja noch gar nicht. So, Bogen, Haltbarkeit 3, ja, das ist ja schon mal gut, ne? Wer weiß, was da noch dazu kommt. 1, 2, 3, Pada! Oh, das ist schon sehr gut. Haltbarkeit 3 und Stärke 3. Mal gucken, ob wir noch was finden. Schlag 1. Ne, eigentlich nicht. Aber komm, wir probieren es mal. Tada! Stärke 3, Haltbarkeit 3 und Schlag 1. Nice, das ist ja noch mal eine Ecke besser. Sehr gut, das reicht ja schon. Das reicht schon vollkommen aus. Super. Natürlich wäre Unendlichkeit sehr cool, dass wir keine Pfeile brauchen, aber das haben wir gerade nicht am Start. So, wunderbar. Dann können wir jetzt eigentlich abwarten, bis wir wissen, welches Dorf das ist. Und der Kroko hat ja gesagt, der besorgt noch ein bisschen was Essen und Ressourcen, damit wir ein Lager aufschlagen können. Das heißt, wir haben die Pfeile am Start und können mal gucken, dass wir jetzt vielleicht hier mal ein bisschen anpflanzen. Sowohl Bäume als auch Felder. Hier ist jetzt ein Weg lang, damit ich weiß, wo die Brücke etwa lang geht. Und jetzt würde ich gerne mit Quarzblöcken so ein bisschen abstecken, wo ein Haus hinkommt. Also hier vielleicht nicht unbedingt. Das ist der Kleinen hier. Hier müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht so eine kleine Wache hinmachen oder so, die mal guckt, wer da vorbeikommt und wer da hoch will. Aber ich würde gerne zum Beispiel das klingt doch nach Action! Hallöche, meine Freunde. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Genau, schießt euch doch alles selber ab. Ihr seid ja super. So, komm her. Danke. Ihr habt einen super AIM. So. So. Hier, ich brauche gar kein Schild für euch. Ihr seid so eine Klappomaten. Hier. Wunderbar. Uh, jetzt habe ich Bad Omen. Ja, da müssen wir mit Kroko vielleicht mal in ein Dorf und ein Raid aufhalten oder so. Aber das war ja einfach. Ich hätte gedacht, ich brauche ein Schild, aber gut. Okay, dann können wir nochmal die Quarzblöcke nehmen, um das Ganze abzustecken, wo welches Haus eigentlich hin soll. Ich hätte gerne auf jeden Fall hier noch Bäume drumherum und dann sollte vielleicht hier irgendwie ein Haus hin. So, ich stecke das einfach mal so grob ab. Auch nicht zu groß. So. Und vielleicht so sollte hier ein Haus hin. Dann würde eventuell hier ein Haus hinfassen. Also ein bisschen versetzt. Ich will die gar nicht so direkt gegenüber haben. Da ist ja eins. Dann könnte vielleicht hier eins hin. So auf diese Größe. Ja, das ist schon mal sehr gut. Hier würde der Weg durchgehen. Dann könnte man nämlich hier noch so ein, zwei Bäume pflanzen. Hier ein, zwei Bäume pflanzen. Ich möchte das wirklich sehr dicht, sehr grün, sehr waldig haben. Jedes Haus soll auch eine Berufung bekommen von den Villagern. So, dass wir dann irgendwann hier eine Million Villager rumrennen haben und die auch wirklich Jobs haben und das hier Golem spawnen und mega gut einfach. So. Ich muss das gerade so wegmachen, weil die Schaufel zerlegt immer gleich den ganzen Block. Dann geht es halt hier lang. Dann vielleicht hier so. Dass hier noch mal so eine Waldwand ist. Dann kann man auch das Haus so ein bisschen abdecken. und dann ist man ab hier ist man irgendwie in so kleinen Feldern, die man durchlaufen kann. Und die würde ich jetzt gerne auf jeden Fall schon mal anbringen, bevor wir losziehen, das Dorf zu retten, weil wir müssen eh erst mal erfahren, welches Dorf es ist. Und deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit, um hier zu werkeln. Okay. Wir machen es so, dass wir vier Schwarzeichenholz setzen. Setzlinge setzen und dann lassen wir die erst mal wachsen. Hup. So. Ich mag nämlich die Schwarzeichenholzbäume, die ufern nämlich so ein bisschen nach oben aus. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man dann nämlich einfach wieder hochbaut, oben drauf. So. Noch ein. Hier. Dass wir einfach wirklich hier in die Mitte gehen. So. Dass man das nicht sieht. Da kann man nämlich super einfach Erde reinmachen, wieder Setzlinge drauf, nochmal bauen. Und schon werden die Bäume schön hoch. Aber nicht wie Dschungelbäume, dass die aus Versehen irgendwie riesig, riesig groß werden, sondern wirklich einfach nur ein bisschen größer. Was man noch richtig schön machen kann, wenn man möchte, ist, dass man oben in die Krone einfach so Glowstone-Blöcke oder so reinmacht. Und das sieht jetzt so ein bisschen Savannen-mäßig aus. Wir müssen also hingehen und müssen vielleicht lassen wir das sogar einfach. Vielleicht lassen wir es sogar einfach. Ich habe eine Idee. Moment. Wir versuchen das nochmal. Dann haben wir hier unseren Baum. Und jetzt gehen wir hin und machen irgendwo hier so eins, zwei Blöcke über dem Boden. Machen wir einfach so und das Ganze nochmal. Dann sollte das nämlich von der Krone, ja, das passt super von der Krone her. Sieht nicht Savannen-mäßig aus. Und das Ganze machen wir einfach auf der anderen Seite auch nochmal, dass wir zwei freilassen. Oder wir lassen hier mal nur einen frei. Wir können nämlich einfach hingehen und machen das wieder weg. So, das fällt nämlich überhaupt nicht auf. Das ist gar nicht schlimm. Und dann können wir nämlich hier einfach das Ganze nochmal machen. Und dann passt das auch von der Krone viel besser. Ja, mega gut. Der ist jetzt ein bisschen arg dicht geworden. Also wir müssten hier auf jeden Fall ein bisschen was rausklöppeln so. Damit das so ein bisschen nach innen fällt und nicht so extrem dick der Stamm ist. Auch hier auf der Seite. Aber das ist tausendmal einfacher als wenn wir einen Baum wirklich von der Pike auf neu bauen müssen und das dann einen ganzen Wald lang. Weil das wird richtig dauern. Und hier das ist halt eine ganze Ecke einfacher so. Das sieht schon sehr cool aus. Und so können wir eigentlich den ganzen Wald machen und dann können wir oben ein bisschen Licht verstecken. So, hier haben wir mal ein kleines Beispiel von dem was ich meine. Und zwar habe ich einfach hier überall ein bisschen Holz dran gemacht. So ein paar Wurzeln. Hier der Gang ist zum Beispiel komplett durchwachsen mit Holz. Finde ich sehr sehr schön. Nur sieht das Ganze jetzt natürlich sehr platt aus. Das heißt wir müssen hier vorne noch mit ein paar Eichenholzbäumen arbeiten. Mit ein bisschen Gras, ein bisschen Laub. Aber das ist ja nicht unser Thema. Unser Thema sind Felder und zwar so Custom Felder. Und deswegen habe ich gerade noch ein bisschen Bruchsteine aus dem Lager geholt. Wir werden die nämlich einfach so abstecken. Das ist nämlich relativ einfach. Wir gehen einfach hin und stecken uns hier mal wir können auch einfach hier hoch gehen. Das ist vollkommen egal. Wir stecken uns einfach mal so random ein Feld ab. Irgendwie so wie ihr meint hey hier so möchte ich ein Feld haben. Es muss ja nicht muss nicht riesig groß sein sondern es soll hübsch sein. Und dafür stecken wir uns das einfach ab und machen dann das Ganze einfach mit Treppen und Stufen anderthalb zwei Blöcke hoch so dass halt keine Monster reinkommen. Und auch keine unten durchpassen. Also Baby Zombies würden wahrscheinlich durchpassen wenn ich da jetzt ganze Lücken lasse. Aber ich schließe die Lücken erstmal einfach hier mit Stufen und dann können wir später da Treppen drauf machen und dran machen und weiß ich nicht. Also es ist wirklich dass ihr so eine zerfallene vielleicht so so nicht zerfallen aber so ein bisschen zerrissene Mauer bekommt. Denn ihr wollt ja auch noch irgendwie am Ende durchgucken. So damit man auch was sieht. Und hier mache ich den Eingang rein. Wenn die Mauer dann fertig ist hier sehen wir die ist einfach so ein bisschen random zusammengeklebt aus Stufen, Treppen, Steinen. Aber da sollte überall eigentlich ja hier könnte noch ein Monster drüber aber ich glaube nicht dass die jetzt hier aktiv rumrennen und alles zertrampeln. Das wird nicht passieren. Und wenn doch ist das auch gar nicht mal so wild. Denn letzten Endes unterliegt ja so ein Feld auch irgendwie so ein bisschen der natürlichen Ordnung. Wir können das nicht komplett sicher halten außer es sieht halt irgendwie sehr industriell aus. Und jetzt brauchen wir eine Hacke. Wie ihr sehen könnt habe ich einfach so ein bisschen Weg reingemacht. Ich würde den gerne auch noch mit grober Erde machen. Aber ich habe leider keinen Kies momentan. Nur könnt ihr sehen ich habe mit dem Wasser hier schon ein bisschen gegeizt. So dass nicht alle Felder irgendwie nass werden. Und das ist ganz gut weil dann könnt ihr da einfach mal so ein bisschen Gras draufhauen hier. Das könnt ihr einfach mit einer Schere natürlich abbauen. So das ist relativ simpel. Ist ja dann einfach so ein bisschen das Gras nicht nur verschwendet indem ihr es vernichtet sondern auch hier so ein bisschen reinpflanzt. Weil das gibt dem Ganzen so ein bisschen so ein bisschen mehr Naturfeeling. Weil es einfach so ist. Es ist nicht so dass ein Weizenfeld komplette Reno einfach Weizen ist. Außer ihr habt wie gesagt so ein industrielles Feld eins wo im Prinzip das ganze maschinell gemacht wird. So wie das in heutigen Zeit halt ist. So kriege ich das Ganze auch noch groß. Dann machen wir hier noch ein bisschen großes Gras rein. Vielleicht hier hinten noch. Und schon haben wir ein richtig schönes kleines Customfeld. Also ich finde es mega schön. Ich weiß nicht wie ihr das seht aber meines Erachtens sieht das Ganze halt so ein bisschen realistischer aus. Ich müsste mal was essen. Diese Felder sind ja auch nicht zum effizienten Sammeln von Nahrungsmitteln gedacht. Das ist ja rein optisch. Deswegen muss das Ganze auch nicht perfekt abgesichert sein. Nicht irgendwie weiß ich nicht tausend Lampen Lichter Wachstum Monstersicher einfach nur so ein Feld. Und davon machen wir jetzt mal ein paar weitere. So nachdem mir das Knochenmehl bis auf ein paar Reste ausgegangen ist und ja ich keine Timelapse gemacht habe weil wir haben gerade nachts 2.40 Uhr und ich wenig motiviert bin haben wir hier mal ein Beispiel meiner Felder. Genau. Wir haben hier das Weizenfeld da auch Weizen da ist ein braches Feld also eins wo einfach nichts drauf ist. Hier haben wir dann zwei Rosenfelder wobei das Pfingstrose glaube ich das normale Rose war das. So haben wir zwei Rosenfelder hier haben wir noch Kartoffeln und da hinten haben wir noch rote Beete und ihr seht das Ganze sieht so einfach schon tausendmal besser aus und passt auch viel besser in die Gegend rein als wenn man jetzt einfach so karierte Felder macht und die Idee ist halt dass man hier hoch kommt und dann sieht man hier halt so einen großen Wald und in dem Wald soll halt ein ganzes Örtchen entstehen. Das ist so der Plan und was wir hier auf der Seite machen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht also ich würde es nicht mit Wald machen aber schon irgendwie etwas passendes ja das Ganze ist sehr cool geworden ein bisschen kleiner als ich anfänglich gedacht hätte und wenn dir das ganze gefallen hat dann kannst du das Video gerne liken wenn noch nicht geschehen den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden von meiner Seite heißen vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein fürs zusehen und bis zur nächsten Folge wo wir dann hoffentlich herausfinden wo denn dieses Dorf liegt ein paar bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal